und willkommen zurück zuletzt play land aus dem abwärts 2 15 gott ist der letzte bestege blieben und der setzen letztens zu schon mal werden das noch fünf minuten brauchen und dann haben wir das hier auch erledigt allerdings wird immer selbst voll letzten acht die dumme scheiße ich habe es nach einer reihe na ja was soll's ich muss nicht stellen ich halte schnee schon wieder sehen ich mag keinen schnee ich mag es keinen schnee ich mag es nicht Ich will das nicht. Ich kann mir leider nicht aussuchen. Egal, jetzt zurück zum Thema. Ah, Netzrolle ist leer. Und abgepasst. So. Letzte Spur. Mal gucken, was hier der letzte Ball dann sagt. 32 Spann. 33 Spann. Mal gucken, was ich noch 3 Ball herkriege. Sonst bin ich nicht vom Durchschnitt. Also jetzt Ball Nummer 33, der da jetzt kommt. So. Oh, da kommt noch 34 raus. Da muss ich noch 5 Ball. Noch 2 Ball. Zwei Ball jetzt hier kriegen. Mindestens. Wenn ich meine 36 schaffe. Normalerweise. Mal war das hier schon normal, ne? Ja. Ja, hab ich gesagt. 36 Ball werde ich mindestens hier haben. So. Das ist schon ein ordentliches Fläschchen. Mit 36 Spann. Eine ordentliche Menge. Das ist schon mal. Pass mal auf 35. Ach ja doch. Kommt noch 4 Stickeln hier. Aber. Nun. cómo. Bein. Sechst mehr. In der Presse. Na. Nr. 36. 37 auch noch zusammen hier kommen sie immer noch zusammen hier ist kein problem dass ich mir denke dabei so kommt bei nummer 36 und 37 auch noch seht ab von 37 was haben wir schon noch 38 zusammen wäre doch schön Oh, da habe ich einen Schimpf vergessen. Oh, ich habe schon noch richtig gemäht. Ach komm, bitte, ich will noch, gehen wir noch auf den 38er-Ball hier. Oh ja, deine Blittern noch, ey, dass wir jetzt nicht zusammenkriegen. Das heißt, hier ist ein bisschen eine Aufsame. Ich will den Ballen, unbedingt. Ja, komm, komm mal hin. Ja komm, reicht, haha, bei Nummer 38, herrlich. So, rund ripsch. Kann man jetzt sammeln. Ja, da ist eine Flasche zehn Minuten Zeit für. Ja, 13, schafft mal. Brauch kein Problem. Ja, das ist ein bisschen. so ist nur unsere hänger schön und machen da mal weiter müsste eigentlich an der unten ja dann hätte ich das nette an koppelkollern weil er jetzt mal oben hat braucht und hatte zu tun runden zersagte eine kugelkoppelung ich habe es nicht gut die Lange links ähh tut die Bilder da ah nein erstmal mit der Kamera runter was das einmal eine flessende bündchen also gibt da nicht viel schön geld ist das nicht zu knapp und derweil 1600 knapp wird mal 38 bahn weil das gibt knete das gibt richtig knete und wenn wir mal 24 müsste eigentlich reichen auserst bei bergabfahrten hat da nichts passiert mal sehen so manchmal vielleicht dürfen uns leisten können und auch den den dingens den die sähmaschine eigentlich dürfen uns eigentlich alles leisten können nun bezahlen wir auch den kredits den wir uns holen können auch aufnehmen können wobei ich nicht ungern mache sonst sehe ich nachher wieder die probleme irgendwie rund abzubezahlen verstehe aber irgendwie schon alles gut mal dann noch eine flage oben drauf noch auf dem wallen mal gucken ob da vielleicht mal ein update zu dem gibt zu dem hänger ja müsste ich mal gucken nach der folge ist ja gut dass man die mods auf dem aktuellsten stand halten dann muss ich auf jeden Fall auch noch dünge das eine fällt ne und so ja ich gut die lage über dauert zwar länger als sie ist meist häcksel aber dafür kann man das geld direkt da beim anderen muss es noch kehren aber meist vielleicht bringt mehr ausbeute später da oben und ich habe hier auch aus dem weniger kein netz und keinen folgen verbrauch das wo schon stoppen muss ist entweder für den hänger zu leeren oder mal gerade hier rumzuswitchen für was anderes hier zu leeren und eine andere maschine so das müsste ich gleich eigentlich 1 2 3 und wir müssten jetzt noch 5 ballen jetzt hier rumfliegen 1 2 2 3 4 große fünfte ganz am ende 35 36 37 oder 38 wo ist er denn jetzt noch wo ist er denn jetzt noch hallo mir fiel ein baller und ich hatte 38 wo ist er denn jetzt noch mal auf der straße liegen 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 weg wird schon ablose gekrallt haben naja aber ein ball weniger macht mich das irgendwie traurig ich hab doch 38 ballen gepresst wo ist der eine ballen hin es wird so dass man ganz ehrlich zu hoch ist gerade naja wird schon wieder auftauchen irgendwo abgeladen verdammte vorderbahn da jetzt noch das stehen ab für für kürzer das hat weh es hat hey Vielen Dank. Hä? 5 Äh Probe ich jetzt Wieso 5 So jetzt brauche ich 4 5 So Jetzt haben wir 300.000 So dann Feld 17 brauche ich Feld 17 drauf So Jetzt brauche ich Jetzt brauche ich Sämaschine Diese Maschine Ah Und der Lerngeflug Wunderbar Können wir hier auch starten So Lassen wir jetzt auch Man kann der Grober unten weg Und alles Wunderhübsch Warte Moment ich brauche noch Ich brauche noch Platzierbare Objekte Liste Dünger Erstmal Aber weißt du Ich mach jetzt nur Das Dinge hier Das hier Das hier Jetzt brauche ich Gülle Güllefass Groß Güllefass Da unten Und Stau Das ist kein Problem Und 20.000 So Muss ich es nicht spart So dann können wir Nächste Folge der Einsehen Et cetera Alles Und dann Ja Kann man da loslegen Direkt Das schneidet schon Wird auch Mann ey Er muss das schneien Ich werde das schneit Mann Weikert uns jetzt auch meldest ne Schnauze Na gut Ihr habt unseren Wecker gehört Wir heute sind mal durch Und ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Schaut auf morgen wieder in 2 Neuen Folge von Let's Play Landwirtschaft 2015 Gold Bis dahin Ciao